Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Trading Update. Hier ist der Frank Schuh von Elliot Waver Live. Heute werfen wir einen Blick auf den Hang-Seng-Index und analysieren die aktuelle Wellenstruktur nach der Elliot-Wave-Theorie. Wir haben eine spannende Trading-Idee für euch vorbereitet, basierend auf der jüngsten Marktentwicklung und den identifizierten Wellenmustern. Zunächst ein kurzer Überblick über die aktuelle Situation. Der Hang-Seng-Index hat seit dem Tief im Januar bei 14.779 eine beeindruckende Aufwärtsbewegung in Form einer fünfteiligen Impulswelle abgeschlossen. Und die hatte ihren Höhepunkt im Mai bei 19.791. Danach erlebten wir eine ABC-Korrentur, die im Juni bei 16.900. Und nein, die ist noch nicht zu Ende. Die bei 16.904 ihr Ende finden könnte. Sie darf vorbei sein, kann aber jetzt noch weiter laufen. Jetzt sind wir also fast am Beginn einer vielversprechenden Welle 3, die den Kurs bis auf 24.880 und dann weiter später bis 27.862 treiben könnte. Das sind ungefähre Angaben und das bietet uns eine großartige Trading-Gelegenheit. Unser Plan ist, bei 16.904 oder besser einzusteigen, mit einem Stop-Loss knapp unter den Tief der Welle 2 bei 14.754 eingezeichnet. Und unser erstes Kursziel liegt bei 24.880 und das zweite bei 27.862, was ein enormes Potenzial für Gewinne bietet. Das Chancen-Risiko-Verhältnis ist dabei exzellent. Wir haben ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 5,1. Das bedeutet, unser potenzieller Gewinn ist mehr als fünfmal so hoch wie das mögliche Risiko, wenn wir unseren Stopp richtig setzen. Denkt daran, dass diese Idee invalidiert wird, wenn der Kurs unter 14.754 fällt, beziehungsweise hier unter das Tief der großen Welle 2 im Kreis. Das Risiko für diesen Trade beträgt ungefähr 12,73 Prozent, gemessen vom Einstiegskurs zum Stopp-Loss. Zusammengefasst bietet diese Analyse eine klare und strukturierte Strategie, um den Markt zu nutzen. Beobachtet die Kursentwicklung genau und passt eure Strategie bei Bedarf immer an. Vergesst nicht, dass Trading immer mit Risiken verbunden ist. Macht eure eigene Recherche und handelt verantwortungsbewusst. Wenn euch diese Analyse gefällt, abonniert unseren Kanal, lasst einen Kommentar da und gebt uns ein Like. Besucht auch unsere Webseite Elliot Waver Live für tägliche Updates und detaillierte Analysen. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg beim Trading. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank Schuh von Elliot Waver Live.